Hallo! Markttrends und Entwicklungen in und außerhalb der Callcenter-Branche. Alles, was Sie im Kundendialog erwarten, 2012 auf der Callcenter World in Berlin. Callcenter World 2012, Teletalk Demo-Foren. Das ist auch was für Sie. Dort Anbieter im Vergleich sehen. Vier Anbieter, die nebeneinander ihre Lösungen präsentieren. Und Sie haben die Möglichkeit, sich selbst ein Bild zu machen. Innerhalb von 10 Minuten pro Anbieter. Wissen Sie, ob das was für Sie ist oder nicht. Alles auf der Callcenter World 2012 in Berlin. Da ist auch was für Sie dabei.